servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin zurück aus meinem kurzurlaub und heute machen wir das erste world opening der vierten season von world of warcraft dragonflight und letzten endes es kommt gar nicht mal so viel heute muss ich sagen wir können jetzt einmal eine kleine überraschung aus der post aufmachen und zwar haben wir ein paar schöne oder nicht schöne 525 schuhe die nicht gecraftet wurden das ist sehr sehr bitter tatsächlich müssen wir gleich noch mal einstellen aber wir können jetzt die volt aufmachen und das ist immerhin etwas worauf wir uns vielleicht freuen können wir schauen einfach mal rein ohne rücksicht auf verluste gucken mal ob was schönes dabei ist und wir sehen hier das siegel der auserwählten von diurna mantel der lodernden opfergaben amulett von eonas auserwählten das iridius fragment das ist richtig gut starb der gewaltigen stürmer plus die klauen des pestwebers da muss ich mal kurz schauen müssten wir theoretisch schon auf dem slot t set haben haben wir es fehlt noch auf den hosen und auf dem kopf da haben wir jetzt nichts dabei aber das iridius fragment das ist richtig richtig gut dementsprechend werden wir das jetzt das wenn wir das werden wir nehmen das ist ziemlich ziemlich gut da kann man nicht meckern letzten endes 515 es könnte natürlich noch höher sein allerdings hatte ich nicht die zeit dadurch dass ich nur bis donnerstag zu hause war in dieser season die dicksten keys zu spielen das war dann nicht mehr möglich aber nichtsdestotrotz ein gutes item welches wir uns schmecken lassen können damit hüpfen wir auf 498 und jetzt wird es einfach noch mal warte mal da müssen wir noch kurz makro ändern makro ändern damage und halbfeuerzweig das nehmen wir raus und machen slash use iridius fragment damit ist das in dem makro drin damit haben wir schon mal einen ordentlichen boost von 10.000 intelligenz wenn wir das ding triggern das ist ziemlich ziemlich nice also das werden wir auf jeden fall mitnehmen die hosen beziehungsweise ich hätte hosen die ich umwandeln könnte die werden wir dann eventuell noch nehmen um sie umzuwandeln in ein t set teil dann hätten wir den neuen vierer set bonus da muss ich jetzt noch mal gucken da war jetzt in diesem moment nichts dabei wo ich sagen würde ja whatever dass das so super krass ist und jetzt stelle ich dann noch mal einen auftrag rein für die 400 oder 525 gift dornen fußlappen die sollten auch noch mal ein dickes upgrade sein damit haben wir dann schön was am start und das war es eigentlich auch schon mit dem ersten world opening dieser season ich weiß jetzt nicht wie schnell der auftrag erfüllt wird deswegen ich denke wenn die schuhe durch sind haben wir item 500 501 dafür dass ich nur mittwoch und donnerstag der neuen season am start war 14 item level gemacht ist schon ganz in ordnung und damit danke ich euch fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen